Oh mein Gott! Das ist natürlich ziemlich fatal. Ein, ein, ein Verlogen wird gebaut. Oh, komm! Chef, ich will mehr Geld. Der untere Bereich ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Hat sich das Ding jetzt verpissbar oder ist das Ding kaputt gegangen? Von oben greifen die jetzt nicht so heftig an in der Regel. Das ist nur eine dritte, das interessiert mich nicht. Nee, ich baue erstmal Flaks. Noch mehr Flaks. Äh, die war ganz oben. Ah, schnell! Ja, ich hab's aber mit meiner Serbock-Fabrik, ne? Ich komm nicht mal so groß, als ich irgendwas zu bauen, ey. So, bauen wir dich nochmal da hin. Tschüss. Was sind die Bauern eigentlich für welche? Tschüss, 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 tschüss. Okay. Also, das sollte jetzt langsam eigentlich reichen, würde ich fast sagen. Genau. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Okay. Warum ich eigentlich nicht einfach mal hier die Maus verkaufe? Damit die auch dadurch können? Das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Geht doch. Wie gesagt, er hat es überlebt. Oh, wo kommt ihr denn hier von oben? Das hab ich gerade mal gesagt, von oben und so. Kommt, du überlebst das. Sehr gut. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Mauen wir dir mal so ein bisschen zu. Weil es schön ist halt, die können da drüber schießen. Und die Gegner halt nicht, wenn sie Panzer haben. Okay. Dann würde ich schon fast sagen. Wird gebaut. Kommt, so langsam wir mal ein Technologiezentrum bauen. Und jetzt hat er Spül noch da oben. Das wäre ich auch nicht so verkehrt. Aber dann habe ich die befürchten, dass sie da oben vielleicht angreifen könnten. Okay, die Mauer ist kaputt. Warum ist die Mauer schon kaputt? Nicht gut. Oh mein Gott. Warum ist die Tessa Spül irgendwie schon fast gleich vermutet? Das Schlimmste wäre echt, wenn die Energie aufhört zu funktionieren. Und? Immer noch keine Mautpanzler baubar. Gibt noch eine baubar. Oh mein Gott. Ich baue nur eine dritte hin. Könnt ihr, könnt ihr, was soll ich machen? Erwältig eure das. Okay. Das Schöne ist, dass Geld kommt. Ich habe gerade kurz gedacht. Energie-Niveau-Kritisch. Gibt noch. Okay, die greifen wirklich ziemlich heftig an. Konstruktion. Fick dich, fick dich, fick dich. Oh, ich habe die in Ruhe gelassen. Alter, leck mich der mal. Das war die gegnerische Atomaschine, das ist halb so wild. Unterstützpunkt. Unterstützpunkt. He, 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 he. Ah, ist das Leben nicht schön. Das kann so schön sein, wenn es einfach mal alles läuft. Äh, genau. Ich wollte nur noch eine... Ja, das lohnt sich das noch. Oh ja, das lohnt sich noch. Der Erzraffenerie wollte ich da noch hinbauen. Richtig, richtig. Richtig. Da bräuchte ich da oben noch eine zweite... Ähm... Ist mein anderer Mauerpanzer kaputt? Ja, Sir, in Ordnung. Ich hatte schon die Befürchtung gehabt. Ich bräuchte da oben noch eine... Äh, sag schon, eine Tesla-Spule hin. Einfach mal so auf Verdacht. Aber ich hatte die Befürchtung, dass dann auch hier unten ein bisschen was kaputt gehen wird, weil ich das halt, wie ich die ganze Zeit im Blick haben werde. Aber was soll's? So, eine Raffinerie. Eine Kuh in der Materne. Ha! Können sich alle schönen da euer Geld abgeben? Weil ich kriege meiner Meinung nach die Stärke noch Geld. Nein, natürlich kriege ich noch Geld. Das passt schon. Wer nervt denn mehr? Eigentlich der lila, ne? Ich habe beim... 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 Äh, braun ist das so ein bisschen, äh... Von wegen, ja, ich habe gerade ein paar Leute, Leute gespawnt und gut ist... Wollte, ja, braun, du müsstest kein Geld mehr haben, eigentlich. Weil ich den die ganze Zeit die Erntemaschinen kaputt mache. Das ist aber nicht schlecht für. Ich brauche gerade nochmal... Ähm, nachdem ich das jetzt hier eingesetzt habe, natürlich. Da brauche ich gerade nochmal, ähm... Äh... Äh, ein Flugfels. Weil wegen... Sag schnell. Hä, spür ich... Ich habe heute kein Multitasking. Ich habe es heute einfach nicht drauf... Ne, wegen... Wegen dem Spionageaufgiftzeug und der, äh... Infanterieeinheiten. Die wahrlich nicht zu unterschätzen sind. Oder oben auf jeden Fall der verkackte Tesla-Spiele. Aber erst mal, wo ich ein Fragestellkraftwerk... Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt, bestätigt, in Ordnung. Ja, Sir? Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Gut, da habe ich da unten schon mal zwei, weil da oben habe ich ja immer noch zur Not die Panzer. Spionageflugzeug bereit. Okay, das ist gut. Erst mal vorsichtig, Rand-Taste. Auf jeden Fall bei Einheiten, da oben ist eine Basis. Ah, das sind die, das sind die komischen Konstruktionen. Die komischen, die, weil die andere, eine andere Farbe haben. Sind sie direkt komisch. Die Größe befürchtet habe ich eigentlich vor diesen Einheiten hier, die dann hier kommen werden. Könnte natürlich was gegen tun, aber tue ich nicht. Ja, Sir, bestätigt. Okay. Muss man, da sind beide Mautenpanzer, das ist schön. Einheit bereit. Konstruktionen werden verschlossen. Oh, ich habe noch kein Geld, wow. Ach, fuck. Na gut, habe ich eigentlich ganz okay hingesetzt. So. Ja, Sir, in Ordnung. Ich muss sagen, ich pisse mich doch erst mal nach links, wo ich mich erst mal nach oben absichern wollte. Kein Problem, kein Problem. Oder? Oh, okay. Oh, was hat er da, da, da? Wichtig auch, das ist doch aus dem Weg hier, der Fluch. Immer weiter vorwärts, aber vorher wäre ich speichern, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung. Einsatz gespeichert. Bestätigt, in Ordnung. Zerstört sie, die Türme. Tschüss. Zerstört sie, die Türme. Tschüss. Tschüss. Oh, tschüss, tschüss. Ist jetzt aus? Okay. Schnell reparieren, neue Panzer bauen. Ich hasse Unpolitik, das ist ja auch mittlerweile bekannt. Na, deswegen immer schön bauen, immer schön bauen. So, das ist jetzt Geschichte. Aber wie ihr seht, wenn die auf Infantrie schießen, haben die ihre Raketen, die gab's auch im ersten Teil. Allerdings, ähm, haben die dann nur mit Raketen geschossen, wenn sie die Kanone gedreht haben. Ich hoffe mal, einer macht nicht so viel aus. Hier haben scheinbar noch irgendwo so ein verpackte, verpackte, kackte. Oh, jetzt habt ihr immer noch ein Türmeer da, oder was? Guck mal, ein Keks hier. Also schön, dass die erste Basis gleich schon mal Schrott ist. Ach, die, die Tesla-Sport machen hat. Vielleicht. Wo verliere ich denn die ganze Zeit einleiten? Wahrscheinlich da oben, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Viel zu viele, viel zu viele Rax-Zirus. Zerstört sie. Nein, meine Mautpanzer sind tot. Nein, ich kann sie nicht nachbauen, verbuchen. Ah, dafür ist die Basis auch immerhin hin. Immerhin hin. Okay, wie viel Geld habe ich da jetzt in den Sand gesetzt? Kommt mal alles schön zurück, bitte. Zurück in die Basis. Ich konnte nochmal gerade noch kaputt. Die Sonne aus, alles Klärchen. Gut. Zurück! Zurück! Ja, okay, aber, ja, okay, die schaffen die Flucht leider nicht. V2 wäre vielleicht. Nein. Nein. Aber hier sind wir ja wieder im Schutze unserer Tesla-Schwürde. Nein, nein. Hallo. Unterstützpunkt. Ähm, so halbwegs zumindest. Warum war der hier zu schwach? Weil der, der hat einfach den falschen Panzer angesagt, das kann natürlich durchaus sein. Okay, warum hat er eine Panzer schon wieder so viel in der Krieg verloren? Das ist ein besseres Panzer oder so. Guckst du eigentlich her, sag mal. Ich hab ganz schön Bock irgendwie, was mir kaputt zu machen, kann das sein? Fuck you. Ach, wenigstens hab ich nicht mit der Energie, der muss auch immer von der Seite sehen. Okay, das ist jetzt wirklich schon ein kleiner Nachteil, dass ich jetzt die Seite aufgemacht hab. Wird gebaut. Äh, komm. Ist okay, komm, greif ihn an. Greif ihn an. Sie greifen uns an. Also das ist schon mal sauber. Dass das sauber ist, ist sehr sauber. Guck mal hier, was hier so drin ist. Ach, das ist noch ein Thumbucker, okay. Ich glaub, ne dritte ist ja auch vonnöten, so wie es aussieht. Äh, ich weiß ja nicht, wie viele finanzielle Mittel ich da noch hab. Es sind auf jeden Fall noch einige. Und das finde ich sehr, sehr schön. Aber warum bringst du denn deinen Scheiß immer noch da weg? Ja, Gott. Er kann es aber auch nicht, ne? Glaubst du jetzt blöd steht, oder machst du es jetzt klug? Eigentlich müsste ich mich nach links in Theoretik gar nicht mehr so absichern, oder? Guck mal, was sie da oben noch haben. Da komm ich so, glaub ich, gar nicht hin, ne? Uh, wusste ich. Ähm. Ziel wählen. Gehen wir mal weiter hier in diese Gefilde. Okay, Zerstörer haben sie da. Ziel wählen. Verstärkungen sind ungeklärt. Das ist wie auf so einer einsamen Insel hier, oder was? Sofort. Jawohl. Nein, okay. Sehr gern. Sofort. Sofort. Hier kommen wir eigentlich auch zu guter Kunden, muss ich sagen. Nein, aber nicht, wenn da eine Artillerie ist. Sofort. Unser Stützpunkt in Ordnung. Ziel wählen. Einheit verloren. Er war sofort. Oh, es lauft. Hier kommt man nicht dran vorbei. Aber ich verstehe das für. Okay, jetzt waren wahrscheinlich wieder Flugzeuge, äh, Hubschrauber. Hell of a Copters. Wird gebaut. Jetzt hab ich wieder einen Arsch voll Geld, das ist doch sehr, sehr gut. Okay, äh, genau, die wollte ich haben. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Schattengeneratoren scheinbar. Nein, nur ne Brücke. Hä? Wo ist denn eure Basis? Hier oben in der Mitte, oder was? Müsste ich mich hier ein bisschen durchkämpfen, aber sollte ich eigentlich hinbekommen mit den Einheiten, die ich hab. Ich glaube, ich fahre erstmal hier oben lang, weil da oben scheint nicht sonderlich viel zu sein, hab ich das Gefühl, ne? Ich kann eigentlich gleich mal irgendwas testweise rüberfliegen lassen, um zu gucken, ob die Energie noch da ist. Müsste es aber eigentlich, weil wir eigentlich nichts mehr haben, abgesehen von der Flak da oben. Und dann, ich mein, das Gute ist natürlich, ich seh frühzeitig, wann sie angreifen. So, okay. Es wird dann für heute auch die letzte Mission sein. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie die letzten Missionen sind, aber es kann unter Umständen sein, dass wir es schaffen. Beim nächsten Mal schon. Was mich selbst ein bisschen wundern würde. Gucken wir einfach mal, einfach mal hier so mitten ins Dunkle. Okay, das ist die Basis, ja. Oh, da hab ich grad eigentlich was ziemlich, ziemlich Interessantes gesehen, muss ich sagen. Und zwar, werdet ihr das gleich auch sehen. Vielleicht, wenn's funktioniert. Wenn das Wörtchen, wenn ich wäre, ne? Das war's jetzt eigentlich nicht. Nein! Ja, ich hab's doch gewusst. So gleich kann man's abkürzen, oh mein Gott. Wie geil war das denn? Ich hab da nämlich grad den Dick Convoy gesehen, ähm, und da hab ich mir gedacht, die Dinger halten überhaupt nicht viel aus. Vielleicht reicht es nicht aus, wenn der Fallschirmjäger da hinsetzt. Und es hat ausgereicht. Nenn mich Gott. Nein, ich bin einfach nur froh, dass es aber überhaupt funktioniert hat bei mir. Sehr schön. 288 Nr hab ich vorhin geknöpert, ey. Aber die Tesla-Spuren, ihr habt gesehen, wie geil die sind eigentlich. Verbindung mit Flak und vielleicht noch in der Mauer oder in der Doppelten Mauer. Und Schlagwaffe. Okay, das war schon Mission 9. Und ich mein, Mission 13 war das letzte von Alliierten. Weiß ich, wie viel, gerade genau. Geh, Plan. Höll. Okay, dann werde ich die nächste Mission nochmal eben kurz zumindest starten. Und, ähm, ja, wir haben ja eh KW, deswegen werde ich jetzt erstmal vorlesen. Sie müssen einen sowjetischen Konvo verteidigen, der sich durch alliiertes Gebiet bewegt. Setzen Sie dazu den neuen Mid-Jagd-Bomber ein. Jawohl, die sind ziemlich geil. So wie eine Einheit ihrer Jaks. Und bringen Sie den Konvoi heil durch. Seien Sie vorsichtig, Sie haben nicht viele Reserven für diesen Einsatz. Wenn Sie wenigstens ein LKW auf die andere Seite schafft, ist der Einsatz schon ein Erfolg. Verstärkungen sind eingetroffen. Neues V-U. Das finde ich natürlich sehr lustig. Aber wir haben hier noch eine Doppelung.